Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Modern Warfare 3 Co-Operations. Ich hab mir den Dennis geholt. Hallo Dennis. Ja, hallo. Und heute kam die Collection 1 Erweiterung für Modern Warfare 3 raus. Und natürlich wollten wir euch nicht vorenthalten, auch die dazugehörigen Spec Ops Missionen zu zocken. Es gibt insgesamt zwei neue Spec Ops Karten. Ich zeige euch die einmal kurz. Der Kampf geht weiter und zwar Glatteis und der Unterkendler. Und wie es heute aussehen wird, wenn wir Glatteis direkt noch zweimal aufnehmen müssen. Weil es halt eine unterschiedliche Rolle gibt. Ich fange jetzt einfach mal mit der Rolle an. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Und wir starten auch direkt mal. Warte, das steht nur, weil du übernimmst die Rolle. Ich bin immer die Rolle, ja. Hammergeil. Oh ja, ich bin völlig von der Rolle quasi. Finden und zerstören Sie Makarovs geheime Waffenfabrik. Oh ja, Glatteis. Na, das machen wir doch. Sicher. So, laden, laden, laden. Wie gesagt, das DLC kostet 13,99 Euro. Findet ihr im Steam Shop. Wir wissen selbst noch nicht, was es kostet. Guckt euch sonst auch mal unsere Multiplayer-Spiel dazu an. Die werden wir jetzt wohl auch auf den neuen DLC-Karten machen. Und ja, macht euch selbst eine Meinung. Für Leute, denen es gefällt. Also damals bei Modern Warfare 2 hätte ich wahrscheinlich auch 100 Euro ausgegeben. Bei Modern Warfare 3. Das haben wir ja nicht ganz so oft gespielt. Weiß ich es noch nicht. Mal angucken. So, los geht jetzt. Also hättest du auch 100 Euro für ausgegeben. Hammergeil. Jetzt geht es voll ab, ey. Bam. Weiß ich auch nicht. Ich bin am Fahren. Du fährst auch auf dem Jet-Ski, oder? Hadi. Fährst du auch auf dem Jet-Ski? Ach, du bist der Schütze hinten drauf. Oh, ich bin der Lenker. Go, go. Ich muss das Spiel gleich mal leichter machen. Ich hör dich fast gar nicht. Oh, Röhre. Noi. Oh Gott, da müssen wir springen. Nein, wir fallen jetzt da vorbei. Ich bin der aber auf die Schnauze. Immer weiter. Bam, ramt die Sauer weg. Äh, voll der Akimbo-Nook hier. Lol. Nicht langsamer hier. Wow, dabei ein Abgrund, fast. Ich glaube, du schießt nicht die ganze Zeit noch mal an. Ich schieß dich an. Ich sitze auch vorne auf dem Jet-Ski. Ja, keine Ahnung. Ich richte ziemlich damage von vorne. Alter. Noch 100 Meter. Wir sind da. Was? Wir sind da. Oh Gott. Alles klar. So, so leid mir tut. So, Party. Jetzt müssen wir einmal kurz hier irgendwo anhalten. Weil ich glaube, das Spiel ist echt viel zu laut. Ich bin da verbluten. Huch. Was ist denn schiefgelaufen, was? Ich habe eine Galate abgekriegt. Huch. Oh Gott, ich habe den Sound-Laser gemacht. So, ich höre auch jetzt gerade mal. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen laut war. Alter, hat der mir einen geschenkt, ey. Das ist denn meine Zweitwaffe. Alter, hinter mir! Oh, hast du mich angeschossen? Ja, das war ich, glaube ich. Mach mal geil. Du bist doch richtig geil mit, sagst du. Oh ja. Alter, oh! Okay. Die! Was ist das denn für eine geile Mucke gerade? Oh, oh nein! Okay, wir überleben dich wieder. Da fahr ich etwas zu über. Mütig. Gib ihn lang. Hier links. Was ist da? Ja. Da ist die Sicherheitszentrale. Da ist die Sicherheitszentrale. Na komm, wo ist der? Der steht ja da drin. Den kann ich aber nicht treffen. Alter, du Mongo, ey. Was ist da? Jetzt geht's, oder was? Eine PKP, warte mal kurz, müssen wir eben kurz nachlagen. Du musst da eben kurz ne fette Waffe nehmen. Wer denn jetzt fällen wir gleich sofort, weil da drin bestimmt irgendein Typ wie ist, den wir nicht abschießen dürfen. Und ich renne da mit ner Schrotflüter rein. Ja, wahrscheinlich. Na komm, go, go. Wir machen das. Ich nehm den linken Teil vom Raum. Na klar. Wir starten zur Selbstzerstörung. Countdown. Ich glaub, wir sollten rennen. Da hinten geht's lang. Ja, ich bin dabei. Einfach wie Rambo durch, ey. Echt mal. Oh Gott. Alter, nicht gut. Nicht gut. Alles safe. Ich muss hardcore nachladen und so. Das ist ein Heli. Ja, das ist richtig Modern Warfare-Style, Junge. Das war echt Modern Warfare-Style. Ja, ja, die Sonne hat uns weggeflogen. Wir stehen noch in der Luft. Hau an das. Ja, zurück zur Spezialeinheit. Ja, jetzt muss ich die Fahrerrolle übernehmen. Oh ja. Den Hadi. Und dann starten wir direkt auch nochmal. Mal gucken, wie es denn ist, wenn man hinten drauf sitzt. Glatteis. Also, ich muss sagen, jetzt für 13,99 Euro war ein bisschen kurz für die erste von zwei Maps. Muss man einfach sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das jetzt gedauert hat. Auf jeden Fall nicht so mega lang. Aber es war auf jeden Fall action geladen. Ja, das stimmt. Na gut, wir haben ja noch Multiplayer-Karten dabei. Ja, ja. Okay. Ja, sicher Kimbus-Style von hinten, sagst du? Okay. 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 Ja, ich kann nicht auch schießen. Ja. Okay. Ich kann ja auch driften. Gib ihm. What the fuck? Gib ihm. Nice. Loll. Alter. Loll. Loll. Ich bin tot. Du bist irgendwo gegen gefahren. Ich bin da gegen gefahren. Ja, dann nochmal, wa? Ja, komm, diesmal mach's halt aber. Ja, ja, diesmal mach ich's halt. Ja, komm, jetzt nochmal hier drüber. Ich glaube, ich glaube, da zu oft nach. Ich glaube, da muss ich aufpassen, jetzt kommt die Stelle. Loll. Loll. Oh, ja. Okay, Alter, wir fahren noch. Ja, wir fahren doch. Nein. Die. Los, Bewegung. Alter, der war die Hand tut, der mit deinem Bedankt. Du bist so, ich seh nichts mehr. Okay. Okay. Okay, jetzt durch die Röhre. Geh dir! Oh, oh, oh. Oh, oh. Geh mal weiter. Loll. Nein, ich muss nachladen. Gib ihm. Alter, kriegt der aber auf die Fresse. Ich bin tot. Oh, man, Dennis. Tut mir leid. Ich kann's nochmal richtig geil heizen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, meine Gäste, und er hat die Position. Ah, nee, doch nicht. Loll. Oh, Junge. Alles klar. Loll. Loll. Oh. So, jetzt. Alles klar. Latt nach. Gib ihm. Loll. Alter. Da hab ich die Röhre nicht ganz getroffen. Komm. Alter, wie wir auf den Sack kriegen, ey. Alter, wie ich auf die Fresse krieg, hier hinten. Boah, ich geh gleich drauf. Nein. Doch. Nein. Okay. Latt nach. Bam. Okay, hier nicht drauf. Wir sind jetzt sofort da. Wir sind jetzt sofort da. Dann nehm ich dir auch noch mit. Nice. Alter, in die Anlage vordringen. Oh, mal geil, wie die nicht mehr ausgeschnitten sind. Alter, f*** dich. Da ist noch irgendwo einer nach rechts. Leute, der crouch da weg. Okay, jetzt soll man die Anlage rein. Das haben wir gerade schon mal gemacht. Aua. Ich glaube, ich bin doch verbluten. Ja, ich merke das schon. Dankeschön. Nein, ich hab da eine Granate hingeschmissen. Ich gebe ihn alle auf die Fresse. Da, fress mal eine Granate, ihr Schwanzlutscher. Lol, er lebt noch. Oh, das ist Spaß. Jünger, die will ich haben. So, jetzt geht's aufs Maul. Ja. Oh, Junge. Oh, geil. Okay, jetzt geht's los. Schottipower. Loll. Hui. Okay, nice. Aua. Okay, Schottis ist jetzt noch nicht so der Wahnsinn. Alter. Oh, geradeaus. Ja, Lufttube. Loll, er steht direkt einer hinter dir. Loll. Okay, dann gib ihm. Und. PAU! Ach so. So, go, go. Oh, ja. Oh, ja. Das liegt schon wieder auf dem Boden. Ja. Aua. Ich bin getroffen, brauche ihr Hilfe! Oh, das sieht gut aus. Ja, ja, das sieht gut aus. Alles klar, das ist wieder unser geiler Heli. Nice. Was ist denn für ein Mongo hier? Alter, drück dir nochmal ab. Ah, schade. Ja, und das war's mit der ersten Map. Und dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet bei der zweiten auch wieder ein. Ja!